So, hallo und herzlich willkommen auf ein neues. Ich habe das Video jetzt schon versucht, zweimal aufzunehmen und bei beiden Malen habe ich nicht gerafft, dass ich das Mikrofon aus hatte. Aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Na ja, hallo, herzlich willkommen. Heute painten wir gemeinsam. Ich habe das Video schon vorher aufgenommen und habe das jetzt auf 200 Prozent Geschwindigkeit gestellt. Also das ist nicht immer eine normale Paintinggeschwindigkeit. Normalerweise bin ich viel langsamer. Ihr habt euch im letzten Video die Nummer 7 gewünscht und die painten wir jetzt heute. Ich nutze zum Markieren meiner Felder die Kärtchen von 1 bis 25, die es in verschiedenen Varianten in meinem Shop gibt. Da könnt ihr gerne mal in meinen Shop reinschauen, ob euch denn nicht auch was gefällt in der Art. Das ist hochwertiges Papier mit einem Fotodruck und die sind dann noch laminiert. Also ich tue quasi jedes Kärtchen auch dreimal anfassen, weil ich die ja zuschneiden muss, laminieren muss und dann nochmal zuschneiden muss. Genau. Ja, also schaut gerne mal rein. Ansonsten gibt es diese Kärtchenmotive auch als Sticker und die kann man dann halt nur einmal verwenden. Ja, was will ich heute mit dem Video eigentlich bezwecken? Und zwar ist das Video so ein bisschen, also natürlich ist es so ein Standard Paint Together, wie wir schon die letzten drei Mal hatten. Und das nächste wird auch wieder eins, bis das Bild halt fertig ist. Das machen wir hier gemeinsam fertig. Und ich möchte aber dieses Jahr, beziehungsweise weil es das letzte Video für dieses Jahr 2022 ist, möchte ich einfach mal so ein Review machen, was denn dieses Jahr passiert ist und was ich mir für nächstes Jahr vornehme. Deswegen lehnt euch zurück und genießt die nächsten 15 Minuten wahrscheinlich so im Dreh. Genau. Ja, also, was ist dieses Jahr alles passiert? Ja, 2022, da ist einiges für mich passiert. Ich fange mal an mit meinem Shop, weil das ist das Wichtigste für mich tatsächlich. In meinem Shop ist es so, also mein Shop, den habe ich ja dieses Jahr erst eröffnet, im März, April, ich glaube im April. Muss ich nochmal gucken. Und ich dachte, wenn ich den Shop eröffne, das wird so ganz langsam anlaufen. Ich werde vielleicht bis Ende des Jahres 20, 30 Bestellungen haben oder so. Und ja, dem war nicht so. Also ihr habt mich quasi förmlich überrannt mit meinen Erwartungen. Ich habe ja fast mehr als das Doppelte, als ich erwartet habe, erreicht. Und das ist bombastisch. Dafür auf jeden Fall nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für alle, die in meinem Shop bestellt haben. Ich freue mich mega darüber, dass euch meine Produkte so gefallen und dass ihr die immer wieder kauft. Und dass so viele Leute auch mehrere Bestellungen schon gemacht haben bei mir. Ja, das fühlt sich gut an. Das will ich nicht leugnen. Und ja, generell ist es ja so, dass es in meinem Shop verschiedene Sachen gibt. Also es gibt Notizbücher, es gibt Notizhefte, es gibt kleine Notizblöcke, also so To-Do-Blöcke oder so. Dann gibt es Sachen von Diamond Painting, dann gibt es Dekorationsartikel, dann gibt es Armbändchen. Und als nächstes werden noch hinzukommen Karten. Und dazu sage ich euch später dann ein bisschen mehr. Aber das ist der nächste Plan. Und dann habe ich, glaube ich, soweit alle Bereiche, die mich wirklich interessieren, wo ich Sachen verkaufen möchte, in meinem Shop aufgenommen. Mal gucken. Wer weiß, was nächstes Jahr alles so bringt. Ja, genau. Und alles, was man in meinem Shop findet, kann man sich personalisieren lassen. Also sei es jetzt Diamond Painting, Stifte, Coverminder, Notizblöcke, sei es Armbänder, sei es Dekoration. Das könnt ihr quasi, wenn ihr mich anschreibt, können wir da einen Weg finden, dass das genau so aussieht, wie ihr das haben wollt. Oder zumindest nah dran. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ja, alles ist quasi personalisierbar. Und darauf bin ich sehr stolz, weil ich halt alles in Handarbeit selber mache. Fast alles. Das Washi-Tape mache ich nicht in Handarbeit selber. Aber die Designs, die erstelle ich. Und dann schicke ich die an die Druckerei. Und die stellen dann das Washi-Tape her. Genau. Ja, mein Shop, der hat dieses Jahr gut gestartet. Und ich bin sehr happy darüber, wie das alles begonnen hat. Und ich hoffe, dass wir das nächste Jahr noch toppen können. Dass ich vielleicht nächstes Jahr schaffe, dass ich im Monat konstant einen Betrag erreiche an Umsatz. Also jeden Monat einen ähnlich konstanten Betrag. Dieses Jahr war es ja so, dass ein Monat mal nichts war. Und dann ein Monat super, super viel. Und dann wieder ein Monat nichts. So. Und das will ich für nächstes Jahr versuchen, etwas im konstanteren Bereich zu halten. Mal gucken, wie das funktioniert. Wie ich das hinbekomme. Ich weiß, dass ich dann schauen muss, dass ich da auf jeden Fall auch konstante Produkte präsentiere und zeige. Und neue Motive erstelle und, und, und. Das wird schwierig für mich, da ich ja nicht nur meinen Shop habe, sondern auch einen Nebenjob. Beziehungsweise mein Hauptjob, der ja ein Teilzeitjob ist. Und, ähm, meine Familie. Und so weiter und so fort. Ja, mal gucken. Also, wundert euch nicht, wenn ihr mal ein paar Tage oder ein paar Wochen nichts von mir im Shop hört. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock auf den Shop habe. Nein. Ähm, das liegt dann daran, dass ich momentan sehr im Stress bin. So wie jetzt, äh, Anfang Dezember. Da habe ich überhaupt nichts machen können, sondern nur meine Arbeit. Und, ähm, dann ist das eben so. Da muss ich momentan noch, äh, damit leben und versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, ansonsten haben wir dieses Jahr auch, ähm, einen weiteren Discord erstellt. Ihr kennt ja den Discord der Diamond Painting Community. Dazu sage ich später nochmal ein bisschen mehr. Und wir haben noch zusätzlich den Discord Welt der Hobbys erstellt. Da ist wirklich jeder herzlich willkommen, denn jeder hat ein Hobby. Sei es zocken, sei es irgendwelche Handarbeiten, sei es, äh, irgendwas, äh, bauen, sei es irgendwas malen oder so. Also, jeder ist dort herzlich willkommen. Und wir haben das auf dem Discord Welt der Hobbys so geregelt, dass wir quasi für jedes Hobby einen kleinen Bereich errichtet haben. Und man sich dann auswählen kann über eine Liste, welche Hobbys einen interessieren. Und dann sieht man auch nur diese Bereiche. Ähm, das heißt, man bekommt nicht, wenn der Server größer ist oder so, äh, dann auf einmal 100.000 Nachrichten an einen Tag. Sondern nur, äh, die Nachrichten, die in dem Bereich geschrieben werden. Und dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, Benachrichtigungseinstellungen zu ändern. Ähm, und dann sieht man die Nachrichten halt nur, wenn man dann den Server betritt und guckt, was es denn Neues gibt. Genau. Ähm, ja, soviel zur Welt der Hobbys. Da seid ihr herzlich eingeladen. Ich packe das unten in die Beschreibung rein. Guckt da gerne mal rein. Es kostet nichts. Discord ist absolut kostenlos. Ähm, es gibt zwar eine Bezahlvariante, aber das ist nur, damit ihr größere Dateien hochladen könnt. Oder so. Ne? Ähm, das braucht ihr aber nicht. Ansonsten ist das halt komplett kostenlos. Und, äh, ihr könnt es auf allen Geräten nutzen. Also, ihr könnt es auf dem PC nutzen. Ihr könnt es auf dem Handy nutzen. Ihr könnt es auf dem Tablet nutzen. Sei es egal, ob Android, ob iPhone, ob, äh, äh, weiß ich nicht, was es alles gibt. Das, äh, überall eigentlich. Ähm, und, ähm, ja, soviel zur Welt der Hobbys. Wie gesagt, ihr seid da herzlich eingeladen. Klickt einfach auf den Link unten, ähm, und, äh, erstellt euch einen Account. Und dann seid ihr schon dabei. Genau. Was gibt es dann noch Neues? Neues wahrscheinlich nicht, aber den Discord der Diamond Painting Community, den kennt ihr ja schon. Ähm, da hatten wir dieses Jahr furchtbar viele Aktionen gehabt. Ähm, wir hatten Osterwichteln. Wir hatten diverse Events. Wir hatten ein Wanderpaket. Das Gemeinsam statt Einsam, ähm, machen wir immer noch regelmäßig. Und, äh, dann hatten wir, ähm, den Adventskalender. Und der Adventskalender, der ist dieses Jahr echt durch die Decke gegangen. Ich hatte ja einige Shops angeschrieben und gefragt, ob die Interesse haben, ähm, am Adventskalender mitzuwirken. Und da haben einige, äh, mitgemacht. Und dadurch ist der wirklich, wirklich groß geworden, der Adventskalender. Und, ähm, ja, das war, ähm, ein Haufen Arbeit an Planung, an Organisation. Und, äh, ich bin dankbar für jeden, der da mitgemacht hat, für alle Shops, die, die mit uns den Adventskalender organisiert haben. Ich bin dankbar für jede Privatperson, die gesagt hat, hey, du musst den Versand nicht komplett alleine zahlen. Ich helfe dir. Ähm, und die dann Geld quasi, ähm, also Geld in Form von, ähm, Versandmarken gesponsert haben. Und, ähm, also da bin ich wirklich, wirklich sehr dankbar dafür. Ähm, und ich bin auch dankbar für jeden Patreon, der dieses Jahr dazugekommen ist. Wir haben ja für die Diamond Painting Community Patreon errichtet, damit wir diese Aktion weiterhin effektiv machen können. Und Patreon, ähm, also das Geld, was durch Patreon reinkommt, das wird halt auch komplett wieder in die Diamond Painting Community gesteckt. Und, ähm, also sei es jetzt Versand, sei es irgendwelche Preise, sei es irgendwelche Aktionen oder, ähm, äh, Geschenke oder, 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 oder. Ja, ähm, also das kommt alles wieder in die Community zurück. Und, das war der Wahnsinn. Also dieses Jahr ist so viel passiert. So viele Leute haben mitgemacht. So viele Leute haben gesagt, hey, äh, ich schicke dir Sachen. Nutzt es bitte für die Community als Adventskalender oder in anderen Gewinnspielen oder, oder, oder. Und, ähm, das finde ich einfach der Wahnsinn. Ja, ich bin, ich bin da echt sprachlos in der Hinsicht. Also, wenn ihr Diamond Painting liebt oder wenn ihr auch nur ab und zu mal Diamond Painting macht und ihr wollt euch austauschen mit den Leuten, dann kommt auf den Discord der Diamond Painting Community. Ähm, dort können wir sehr, 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 sehr einfach Anschluss finden. Und, ähm, also das war so bisher immer das Feedback von den Leuten, dass die leicht Anschluss finden konnten. Und ihr findet schnell neue Freunde. Ich habe so viele, ähm, Leute schon gesehen auf dem Discord, wie die, äh, Freundschaften sich angebahnt haben. Und jetzt sind sie teilweise unzertrennlich. Und das ist einfach mega. Ja, das, 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 das ist das Ziel von so einem Discord. Dass man, ja, dass man freundschaftlich, äh, sich entwickelt. Dass man ein Hobby findet, was beide mögen und dadurch neue Freunde findet. Oh, das ist, das ist einfach toll. Ja, ansonsten, was gibt es dieses Jahr noch bei mir Neues? Ähm, ich habe angefangen mit Stamping Up. Also, ich bin jetzt Demonstrator bei Stamping Up. Das heißt, man kann über mich Produkte erwerben, die Stamping Up anbietet. Und, ähm, ich kriege dafür eine kleine Entlohnung, wenn jemand über mich Produkte kauft. Und das ist ein schöner, kleiner Nebenverdienst. Der hilft mir sehr, ähm, ja, mein Business ein bisschen aufzubauen. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Ja, nichtsdestotrotz, da ich jetzt mit Stamping Up angefangen habe, ähm, werde ich natürlich auch, äh, dann Karten und Boxen und weiß ich nicht was gestalten, die dann, äh, auch in meinem Shop landen werden. Mit Stamping Up, App Produkten natürlich. Und, ähm, ich könnte ihr dann auch kaufen, wenn ihr möchtet. Ansonsten, wenn ihr selber halt so ein kleines Bastlerherz habt, freue ich mich, wenn ihr mich anschreibt und wenn ihr wissen wollt, ähm, was es mit Stamping Up auf sich hat. Auch ihr könnt Demonstrator werden, es sind keine, äh, großen Anforderungen. Ihr braucht vielleicht nur 1, 2 Personen, die regelmäßig über euch bestellen und schon ist das kein Problem. Ähm, ähm, ja, soviel zu Stamping Up. Ähm, ähm, dödö, 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 was wollte ich noch dazu sagen? Ich schreibe es unten in die Beschreibung rein, den Link, damit ihr euch mal den Shop von Stamping Up anschauen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr da was bestellen möchtet, gebt mich gerne als Kontaktdemonstrator ein, ähm, oder schreibt mich an und dann, ähm, mache ich die Bestellung mit euch zusammen. Ähm, ja, soviel dazu und soviel zu dem, was dieses Jahr so passiert ist. Es sind noch ein paar mehr Sachen passiert, aber die Zeit wird knapp. Wir haben jetzt nur noch irgendwie 3 Minuten und, ähm, was möchte ich noch sagen? Das ist schwierig, ne? Ähm, für nächstes Jahr habe ich mir auch einiges vorgenommen. Ähm, aktuell ist es ja so, dass ich auf dem Discord der Diamond Painting Community das Feedback vom Adventskalender abarbeite und so die Community hoffentlich auch wieder ein Stück übersichtlicher mache. Ähm, das will ich dieses Jahr noch fertig machen. Und für nächstes Jahr habe ich mir halt vorgenommen, dass für meinen Shop, dass ich da, ähm, konstantere Zahlen erreiche, konstantere Umsatzzahlen, also jeden Monat ein ähnlicher Betrag an Umsatz. Ähm, und nicht so, wie es dieses Jahr war, dass mal einen Monat gar nichts war, dann mal einen Monat ganz viel, ähm, dann einen Monat mal ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Ähm, das ist, das ist normal, das ist normal für jede Firma. Aber ich muss so ein, also ich muss gucken, dass ich irgendwie so einen, so einen Wert finde, den ich immer erreichen kann. Und wenn das mehr ist, dann ist das super. Ähm, und ja, dafür, das heißt natürlich, dass ich dann nächstes Jahr auch versuchen muss, etwas mehr für meinen Shop zu machen. Ähm, nicht nur versuchen, der Plan ist da, ich habe so viele Ideen, was ich alles für meinen Shop machen möchte. Ähm, meistens ist die Zeit das Problem. Und, ähm, aber wir machen das. Genau, und wenn ihr eine Bestellung machen möchtet, schreibt es nicht gerne an, auch wenn es personalisiert ist, das kriege ich immer hin. Ähm, weil das ist mir so wichtig, dass ich dafür auch teilweise ein bisschen die Nacht hineinarbeite. Ähm, also eure Bestellungen, die gehen immer rechtzeitig raus. Ähm, meist kurz nach Bestelleingang, dass es am nächsten Tag dann quasi schon unterwegs ist. Außer es ist personalisiert, dann wird es ein bisschen, äh, länger dauern. Aber, ähm, all das wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr weiterhin funktionieren. Ähm, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ähm, und, ähm, also sehr, sehr viele Pläne für meinen Shop. Dann will ich, äh, mehrere Workshops für Stamping abmachen. Und, ähm, versuchen regelmäßiger meine Social Medias zu, äh, aktualisieren. Denn die vernachlässige ich wirklich. Ich habe jetzt keine Ahnung, seit drei Monaten oder so nichts mehr auf TikTok gepostet. Was natürlich, äh, schwierig ist, wenn man einen Shop hat, ähm, dann denken die Leute, man ist tot oder so. Das ist, äh, nicht so schön. Ja. Ja, aber generell, äh, hoffe ich sehr, dass alles, was ich mir für das kommende Jahr vornehme, gut bei euch ankommen wird. Und, ähm, ich hoffe, dass ihr mir weiterhin so schönes Feedback gebt, wie die ganze Zeit, äh, womit ich, äh, auch arbeiten kann, womit ich, ähm, womit ich, ähm, meine Person, meinen Job, mein, alles eigentlich verbessern kann, ne? Und, äh, ich freue mich auch über jeden Kommentar, den ihr immer gebt. Denn die sorgen echt dafür, dass ich weiß, ähm, was euch denn interessiert und was euch nicht interessiert. So. Äh, apropos, was euch interessiert und was euch nicht interessiert, ähm, ich habe mich explizit dagegen entschieden, dass ich für jedes Thema, auch wenn es besser wäre von dem Algorithmen her, äh, für YouTube, äh, Twitch, Instagram, TikTok und so weiter und so fort, äh, einen eigenen Account mache, weil das ist mir wirklich zu viel administrative Aufwand. Und ich mache ein Account für alles, das heißt, hier auf YouTube findet ihr in Zukunft alles, was mich betrifft, sei es Basteln, sei es, äh, Diamond Painting, sei es Peinstecken, sei es, äh, malen, sei es irgendwas. Alles, was ich an Videos mache, wird hier auf YouTube landen. Ähm, auch wenn das für den Algorithmus kacke ist und ich wahrscheinlich so ewig brauche, bis ich, äh, genügend Follower habe, aber das ist es mir, das ist mir gleichgültig. Genau. So, und jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Jahr. Bye, bye. 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 Bye.